Ja genau, hallo Leute und willkommen zurück zu einem Let's Show Video. Ihr denkt euch, was soll der Let's Show? Aha! Ich bin sowas Let's Show. Das habe ich jetzt in den letzten zwei Tagen ein bisschen aufgebaut. Aber es ist ohne Wackstown, also es ist nur auf Design getrimmt. Also ich würde sagen, fangen wir mal außen an. Hier sind keine Eingangsanlage. Mit Wasser und Scheinziegel. Hier sind wir hier. Hier muss man einen Glossdauern mit Wasser. Hier hat man einen Acker. Hat man da drüben dann auch. Hier kann man schön Bad machen. Und ich hatte mir überlegt, wo ich fast gestorben bin. Aber jetzt, ich habe ein bisschen Schutze. Dann kann man hier... ...so ähm... ...denn halt so getrennt worden und so. Und hier hat man... ...das Niesen. ...Daten haben wir nicht irgendwo von YouTube abgeguckt. kann man hier so hinten auch. Hier geht man einfach, so sagt man immer Fackeln hin. Das ist eigentlich, so als sie bis hier hin, bis zu diesem Wasser. Und bis zu diesem Wasser. Es ist alles fast eigentlich, es ist eigentlich gespiegelt alles. Wenn man auch hier so im Haus schon kommt, ist alles genau gespiegelt. Ähm, die Seite. Hier so eine, ähm, Stühle ist Lagerfeuer. Yeah, nature-wise. Ähm, hier so ist eine Truhe. Da hat man Melonen, Äpfel, eine Bützruppe, Brot, Kuchen, Hühnchen, Spelz, Schweinefleisch und Pekse. Kekse! Yeah! Dann hat man hier im Haus so Bücherregale, da hat man hier auch viel zu lesen. Hier hat man leeren Truhen. Das hat mich sofort da gemacht drin. Äh, so. Damit dann gehen wir mal runter. Hier oben gibt es nicht so viel zu sehen. Hier unten ist eigentlich auch alles gespiegelt. So eine kleine Disco. Die Stausdauern sind all so'n Zeug. Ähm, geht man hoch, wenn man hier hochgeht, ist hier hochgehen. Macht so viel auf. Dann hat man hier einen Rauchstempel. Ähm, ein Bettchen. Schlafen, 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 Schlafen. Kann ich schlafen, Leute. So. Und hier eine Blockbench. Und einen Open. Und unten war man schon. Also war's das eigentlich schon. Und ich würd sagen... Ruhe. Nicht. Ja. Hier, ähm. Ich hab' genau so'n Verblößerung zugemacht. Und so sieht der Kante hier oben aus. Und hier, ähm. Ich hab' genau so'n Verblößerung zugemacht. Und hier. Oh neuuuuii. Ich hab' ja gesch уст. notably Schlafen, habe Musik verbessiert. Auf Begon. Ich habe ja noch eine Tr glass of Vorm an. Ähm. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.